Hallo, hier ist wieder euer Ragenari. Heute wieder aus Launburg, aus der Elbstraße, direkt beim vorbeiziehenden, langsam schwindenden Hochwasser 2013. Und hier könnt ihr das sehen. Manchmal ist es ein bisschen schwer zu sehen wie mit dem Licht, aber da wo das Wasser jetzt ist, das ist ungefähr noch 30 cm über der Tür. Also da wo jetzt die Wasseroberfläche ist, darunter ist nochmal eine ganze Tür und nochmal 30 40 cm darüber. Hier ist der Wall. Die Sandsecke sind schon ein bisschen abgebaut. Das Wasser ist nicht mehr so hoch ist wie vor, aber da kann man sich mal vorstellen wie hoch das vorher noch gewesen ist. Und wie das Wasser hier reingedrückt hat. Ja ansonsten Das Wasser ist auf jeden Fall aus der Elbstraße wieder raus. Überall noch ein bisschen Sand. Aber die Märchenstadt erwacht zu neuem Leben. Schröder komm her hier. Sprüder komm hier her. Komm. Komm. Was machst du denn? Na ja die Einsatzkräfte haben auf jeden Fall absolut ihr Bestes gegeben. Alle. Viele Leute haben auch geholfen und so. Na gut. Ich zeig das nachher nochmal von oben. Bis dann erst mal Tschüss. Euer Raginari. Tschüss. Euer Raginari.